Hallo Hallo Herzlich Willkommen Let's Play Together CSGO Mit... Er was weiß Hallo Und ja Hallo Auf der... Workout Lab Hallo Hallo Und was läuft denn gerade? Ah ne Aufwärmphase Jo läuft Ja P90 Ey Weißt du eigentlich jetzt mal... Oh Gott es ruckelt Weißt du jetzt eigentlich mal mein P90 Star Trek Er hat sich ein bisschen erhöht Auf wie viel? 523 Alter Extrem Oh Gott es ruckelt alter Scheiß die Wand an ruckelt das Ah Oh Deine hat ne P90 Star Trek Trigon Noll Ich hatte das Nachrichtenfenster offen Epic Fail Ich hatte das Nachrichtenfenster gedrückt Fail Alter Oh Es ist nur für eine Farbebefung Ich bin gerade tot Oh Ich bin nicht Lila ich bin grün Achso, lol. Haha, fehl. Und den hab ich zu spät bewerbt. Ach, ich war jetzt immer wieder was zu kaufen. Nee, geht ja gar nicht. Jo, wo... Wo war der denn bitte? Entweder hier haben wir einen Spawn Camper oder... Irgendwas läuft hier gerade richtig schief. Ich vermute Spawn Camper. Ja, Spawn Camper. Was denn der? Ähm, wenn man die rechte Treppe da... Au. Geht doch. Danke für die Galinen. Ich hab gar keine... Oh, hier liegt ne M4. Oh, guck mal, hier liegt deine M4. Ja, das ist mein M4. Au, au, au. Du kriegst keinen Schaden, weil ich das bin. Und du weißt, Duckmund reinsprayen, ne? Jo. Aber noch eins mitgenommen. Ich auf jeden Fall gut. Ich hab' da was geblieben. Loil. Komm drüge... Alter, komm drüge ich auf diese... Dings und seh' dann, dass ich ein Mistes habe. Hier liegt ne Awe, die nehm' ich mal. Und du... Jo war das viele. Das waren extrem viele. Alter, wie haben die Aufmerksamkeit? Jo. Halt die Fresse-Typ. Äh, welcher? Ich hab' kein Geld mehr. Ja. Loil. In acht Sekunden geht's los. Loil, ich hab' 94. Jo. Aber angehittet. Aber es geht gar nicht los, weil einer rausgegangen ist. Vielen Dank.